Oh mein! Oh mein! Oh mein! Hallo YouTube, herzlich willkommen zur neuen Subclips-Folge. Jetzt wieder hier am Start mit jede Menge Clips diesmal. Der Chat natürlich auch mal hier, ähm... Oh, siehst du, da ist auch der Chat. Da sieht man sie alle, alle am Start, alle ready für die ganzen Clips. Ich freue mich drauf, denn wir haben wirklich jede Menge Highlights. Und da starten wir mal direkt mit dem ersten Clip von Obst. Obst1337, natürlich wieder mit seinem Smurf am Start. Oh, Hanzo. Ui. Alles klar. Bruder, Aims da. Oh, noch der alte Hanzo. Ui, 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 ui. Oh! Ja gut, da musst du die Faust helfen, da bei der Mercy. Timosch. Oh, und Smurf. Uff, Widowhops genommen. Ey, was ist das? Quickplay oder was? Quickplay Highlight? Oh man, Quickplay. Ei, ei, ei. The Body Shot Andy, Junge. Ding, 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 ding. Erster Clip von Last, Junge. Last, Geist, Kanker, Widowmaker. Gucken, was er diesmal hier wieder zaubert. Uff. Was ist das denn? Was ist das denn, Winston? Oh. Das war sick. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Das war auch noch ein Headshot. Junge, who is this, Junge? Pork. Geld Nummer 2 von Last. Oh, Junge, da schaltet es direkt rein. Oh, 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 oh. Die sind so clean. Die Headshot sind so clean, Junge. Wie kann man so ein kleines Aim haben? Wie? Junge, was? No, we just won the fight. Let's go back in. We won the fight. That's right. Oh my. What? So. Und hier, das ist ein Clip von ID, the Q, the Stream. Das seht ihr hier an seinem Overlay. Und da spielt ihr jetzt gegen Last. Woaah. Oh, die sind hier drin. Uff. Alter. 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 Die sehen aber auch fishy aus, ne? Das sieht aber auch fishy aus. Ja, ich weiß nicht. Ja, nein, er ist wirklich, wirklich. Holy shit. Dude, das ist fucking ID, the Q, the. Ja, das ist mir. Was tun wir tun? Wie tun wir einen Comp that defeats the Cheater? Wie tun wir das tun? Oh my goodness. Der glaubt es halt echt, ne? Ey, die Schüsse sind aber auch echt. Also, die sind halt echt weird. Also, allein der erste. Guck mal bitte, wie die Maus sich bewegt. Also, ich weiß nicht. Da machst du ein bisschen so mit der Maus harten Flick oder so. Aber das ist halt, ist halt wirklich. Also, das Movement sieht halt echt fishy aus. Das auch so. Also, es ist schon fishy. Wie du wegflickst einfach. Also, das ist schon krass. Natürlich, Last, ich weiß, der Sauber ist clean. Aber, ich kann es verstehen, warum ID, the Q, die das halt sagt. So. Ich finde es krass, dass er natürlich dich direkt als Hardcore-Cheater beleidigt. So, direkt dann so halt sagt. So. Ich meine, er macht es noch kaum. Sagt, okay, die haben jetzt Cheater. Okay, was machen wir dagegen, ne? Ist jetzt nicht so, dass er direkt da irgendwie was losgelassen hat. Aber trotzdem. Also, ein bisschen kann man es schon verstehen. Das war echt, ne? Das ist schon echt. Das sind schon, das sind schon. Ich weiß einfach nicht, wie du es machst. Das ist einfach geisteskrank. Du kannst ein Video dazu schicken, wie du es machst, Junge. Das ist einfach heftig. Keine Ahnung. So, Radova kommt, der mithalten kann, ne? Mit dem Last von gerade hier. Uff. Oh. Oh. Doch, doch. Mikas mit dem Play. Mikas, my friend. Oh. Big Blade. Oh. Oh my goodness. Das guy ist popping. Oh, baby. The legs too. Mikas. Nice. Das ist von Mortis. Mortis, okay. Was hat er drauf? Mit Tracer. Oh. 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 Boing. Boing. Nice Combo, Alter. Nice Combo. Feels good, man. Feels good, man. Aber das ist ein Clip aus Slan's Dream. Okay. Oh. 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 Slan poppen. Oh. Easy. Ups, noch ein Clip. Maschine, der Typ. Maschine, Maschine. Ne, oder? Ja. Aua. Das tut weh. Aua, Aua, Aua. Und noch die Widow geholt. Sag mal, was ist das für ein Rattenkopf, Junge? Bist du verrückt? Die of the Red, Junge. Ganz klar. Für Obst, Alter. Ja, moin. Sincere. Hoffen, danach kannst du mich wieder ernst nehmen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wieder ein Highlight-Intro. Oh, mein. Oh. Was ist das für eine Musik, Digga? Das ist voll leise. Hä? Bro, was ist das denn schon wieder, Junge? Hä? Das ist ein Lauter für euch. Könnt ihr es jetzt hören? Was sind das für Clips, Digga? Was ist das? Was gucke ich hier, Junge? Oh, das ist nice. Kommt der Beatjob jetzt? Oh. Beatjob. Beatjob. Das ist ein Moment, Junge. Oh, mein Gott. Der Bögen, Junge. Nice, Junge. What the fuck? Hoffentlich gönnt Nose jetzt ein Like und ein Abo. Falls nicht, bin ich sehr traurig. Gönn Like und Abo, Guys. Gönn Like. Bruder, ich komm, ich gönn dir ein Like. Komm, ein Like. Ein Like und Abo. Ich gönn dir. Ich gönn dir, Bruder. Ich gönn dir. Ich gönn dir. Ich gönne. Junge, ist das laut, Alter? Spielt der so mit so einer Lautstärke? All right, Holly. Heiß ihn an. Oh. Oh. Geil, Junge. Geil. Ich liebe Firestrike durch Window, Junge. War sie, war sie, war sie. War sie mit der Q-Power? Dacht er. Oh, der beste Skin, Junge. Spark Skin. Irre. Oh, 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 oh. Er geht raus, er geht raus, er geht raus, er geht raus. Oh. Oh, my God. Yo, what? Aber das ist big, Junge, mit der Bongo. Holy shit. Wait, warum, was für Mei, Junge? Hallo? Weiß ich, was soll das? Was für Mei? Was für Mei? Was ist das, yo? What the fuck? Bro, was für Mei? Junge, ich weiß nicht, ich hab dich gerade angefangen zu mögen und dann kommst du mit Mei um die Ecke? Bro, Junge, ganz ehrlich, was soll das denn, Junge? Ganz ehrlich, Junge. Das ist halt so, wenn du einen neuen Freund kennenlernst, Junge, denkst du, boah, der ist voll korrekt und so, alles nice, alles easy, ne? Lernst du so gerade an der Uni kennen, denkst du, boah, bestimmt guter Kumpel, mit dem kann man was machen oder sonstiges. Und auf einmal fängt es an, so nach einer Woche, zwei Wochen, nochmal fragt dich so, Bruder, kannst du mir zwei Euro lernen, kannst du mir fünf Euro lernen, kannst du mir zehn Euro, zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig, hundert, zwanzig, zwei Millionen. What the fuck, Bruder, warum willst du mein ganzes Geld haben, Junge? Wann mal kommt der? Junge, kann ich was von deinem Toastbrot abhaben? Kann ich das? Kann ich dein Auto mal fahren? Kann ich bei dir für eine Woche schlafen oder für einen Monat? Junge, richtige Ellen Harper, Junge, was soll das? Ehrlich, richtig hops genommen, Junge. Richtig hops genommen hast du mich. We just skip that shit. Okay? Ist nichts passiert, Freund. Oh. Ui, 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 Rubi. Was ist das für ein Game, Alter? Bruder, spiele ich hier gerade irgendwie? Ist das Practice Range oder was? Hä? Okay, das ist die Rubi, die ich kenne. Schön mit der Diva, Junge. Das ist die Rubi, die ich kenne. Oh, ja, schon nach hinten Einfach reinschmeißen Und noch winke, winke Und weg Yo, mit der MP-Pog Die haben sich auch nicht da rein und versteckt, Junge Sehr gut Nice Das ist ein Pog Das ist ein Pog Bis dahin Oli wieder Oh, ne Nein, nein Don't do it Don't, 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 no, 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 no Oh, mein Gott Wow, 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 wie viele, Alter Einfach das gesamte Team-Hops, Alter Wow, wow, was? Eine Montage von Wicked Bei Wicked Oh, mein Oh, mein Oh, mein Was ist das? Oh, mein Gott Oh, baby Boom Oh, mein Goodness Primer Was ist das? Winsen of Kings, so, yo Geil, Junge Geil, Junge Oh, mein Gott Oh, noch mehr Oh, mein Baby Call me Alles, was du willst, Junge Oh, mein Gott, Junge Oh, baby So dicke Dinger, Junge What Ich bin ready for Part 2, aber sowas von, Junge Boom Geil, Junge Oh, das ist so geil, ne Nein Nein, nein, nein Oh Hopps Oh Hopps Nein Boom Oh Sky Shitter, Junge Purgis Du hast Afghanus Wer ist stolz auf dich Boah, der Song, Junge Alter Oh, mein Gott Oh, mein Who is this guy? Oh Holy shit, Junge Holy shit Eieieieiei Nice Nice, nice Boah, das ist so gut, ne? Oh mein Gott, mit dem Mond, Junge Oh, Christaller, Junge Da war Christaller doch Oder? Alter, übel Oh mein Gott, Junge King of the World, Alter, was? Oh mein, Christaller, Hedgehog, Hammer Alter, was? Handsome Gang Digga, wer hat so ein Editing drauf, Junge? K9 Unit Wicked Digga, was? Oi Axel Ähm, Axel? Ähm Axel, zu diesem Zeitpunkt Ich hab eine Frage an dich Ich hab eine Frage Zu diesem Zeitpunkt Wie viel Bier hattest du schon? Wie viel Bier? Alles klar, Digga Nochmal Wicked Und Serino Sunklepis Dreimal 100% rein hat Ah, let's go Ich hab mal Isaac Wicked Oh, Isaac Wicked, Junge Maschine Ehrlich, Maschine Oh Ufff Uff Uff Der ist eine Maschine Oh Oh Die Übergänge Oh, Baby Die Übergänge Oh, Baby Oh, Baby Ja, 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 ja Jawoll They don't know, Baby Oh, der Bass Der ballert nochmal ordentlich in die Fresse Mh Bam Und die Overwatch Musik Ja, moin Der hätte nochmal einen Song Hätte Hätte es verkraftet Und weg Nice Sehr gut Sehr gutes Value, Alter Und noch den Sein hat er auch noch Holy Shit Oh mein Gott Fallen Moe Immer gespannt Nur Reinhard Clips, Junge Und dabei ist So ist der Meter, Junge Oh mein Gott Schön, einfach geil Reinhard Clips Könnte ich mir den ganzen Tag reinziehen, Junge Könnte ich mir den ganzen Tag reinziehen, Junge Geil, Junge Boom Halt T-Time Eine Montage Was erwartet mich hier? Was erwartet mich hier? Oh, Beat Geil, Junge Let's go Oh mein Gott Oh mein Gott, Mann Oh mein Gott Ich hab mir die Hose gemacht Ah Ich hab mir die Hose gemacht Ei Alles voll Ich hab mich komplett eingeschissen Ich hab mir komplett die Hose gekackt Ach du Geil Was War das denn bitte, Junge Ist das dein Ernst? Ich hab mir komplett reingeschissen, Junge Was ist das denn bitte gewesen? Puh, Junge Einfach so ne Bombe Was war das? Don't stop me now Ja, moin Erstmal in den Sinn Don't stop me Oh Alle mal tanzen, Chat Let's go Febo, please, Junge Einfach ein Pack mit drinne Geil, ey Oh Oh Parkjams Oh, geil Wie geil ist das denn bitte? Schon wieder der doofeste Glück Das ist ja so gut Das ist ja so gut, Alter Er hängt immer noch Oh mein Gott Ich liebe es Oh mein Gott Kommst du noch mal? Kommst du noch mal? Kommst du noch mal? Kommst du noch mal? Mal gucken Oh Oh Geil, Junge Der hängt immer noch bestimmt zum Ende des Games Ich muss wissen, was jetzt passiert mit dem Doofus, Mann Was passiert mit dem Doofus, Mann? Nice, Junge Ei, ei, ei Hammer Hammer It is time to stop Alles klar Unlucky Das hätte das Ende sein müssen, glaube ich Zehn Sekunden Ey, was? Ey Wait, what? Was ist das Ende jetzt? Ey Finicchio Nächster Let's go Finicchio Was hast du drauf? Lux ist das Brrrr 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 Oh Lager Gut Jetzt Nochmal Anderer Reinhardt Auch wieder Von Lux Dasselbe Map auch wieder Ja moin Geil Oh, ja moin Oh Oh, was? Was? Junge, Prost, Alter Was? Kacai, was hast du? Witz dir mehr, Junge Reinhard-Klips. Only. Only, dicker Shatter. Only. Komm. Lass krachen. Oh. Oh, der Counter-Shatter, though. Oh, he didn't know. Oh, my. Hops. Mit Wrecking Ball. Bin ich mal gespannt, wie gut sein Ball ist hier. Oh, oh, oh. Kommen die Double-Boop-Mechanics? Oh, hops. Einfach hops. Oh, nachladen. Oh, und hops. 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 Ich finde das so cool, wenn Roadhog fliegt, wie so ein dickes Schweinchen. Einfach so nice. Hops. Fahren auch Reinhard-Klip. Ja, moin, Junge. Leute aus Duisburg sind komplett los. Hey, Sarnix gegen Duisburg. Hallo. Was ist das? Bam. Bam. Nice. Schön ein bisschen Mayweb runter ist, Junge. Schön reingeklatscht, Junge. Alright. Lass mal krachen. Oh. Oh. Ja. Wie geil, Alter. Ey, wann passiert das denn mal? Dass die gepullt werden, alle genau auf der Kante stehen, genau vor dir, ohne Schild, nackig wie, keine Ahnung was, wie Leute am FKK-Strand, Junge. Und dass du da einfach richtig schön machen kannst, Junge. Oh, mein Gott. Ey, so lustig, Alter. So gut, Junge. Ja, moin. Lenny. White people said. Oh, oh, nicht gut. Lust, Alter. Oh, Megalol, Alter. Wie Busse kann man sein, Junge? Oh, mein Gott, Junge. Und weg, Junge. Und weg, Junge. Was ich dazu sage, Junge? Da sage ich dazu. Das sage ich krass dazu, Junge. Oh, mein nächster. Pika, Pika. What? Nicht schlecht, ey. Umgedreht. White's not the gap. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wutz. Boah, Junge. Jetzt schon wieder 60%, Alter. Oh, mein Gott. Holy shit, Junge. Mach sie, mach sie mal nicht. Mach sie. Oh. Oh, je, 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 je. Geil, Junge. Bats, 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 bats. Schöne Farah. Oh. Damn. Nice. Next, next, next. Netto. Guter Skin auf jeden Fall. Clip Nummer zwei. Bam. 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 Oh. Oh. Geil, Junge. Geil. Geil, geil, geil. Oh, ein Clip von... Oh, oh, oh. Ein Clip von Lea, von Mau reingepostet. Lea, was hast du da drauf? Pog. Do you want to... Do you want to go? Wirklich, das ist ein Date im Voice Chat. Oh. Oh, damn. Yo, wait. Who is this? Auf ganz entspannt, Junge. Und da sagt die gar nichts. Da trinkt die einfach aus ihrer Flasche. Schraubt das Ding schnell zu, Junge. Denkt sich alles easy, alles peasy. Ist doch Stani, Alter. Ist doch Stani, Junge. Drei Headshots. Warum nicht? Guck dir, guck dir, guck dir, guck mal. Guck dir, ganz entspannt. Ganz entspannt. Nicht eine Mine. Ey. Ey. Das ist kein Business. Ist doch gar kein... Ist doch normal. Easy 3K, Junge. Was ist los, Junge? Dann macht die einfach so. Weiter geht's. Mr. Tom. Oh, 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 oh. Spürt die reißende Kraft. Oh, mein Gott. Und tschüss. Oh, mein Gott. Die Oriz hat ihn gesaved. Oh, mein Gott. Der wird eigentlich runtergeplumpst und er wird einfach gesaved. Oh, hier. Und... Alter. Ehre. Also, wenn du den nicht geordnet hast, den Stani, danach, dann weiß ich nicht. Dann weiß ich nicht. Wenn du den nicht geordnet hast, dann weiß ich nicht. Der Junge ist ja komplett dein bester Freund ab heute. Oh. Ui, 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 ui. Nice, nice, nice. Testclip. Mal ganz kurz wieder auf den Titel achten. Macht euch weg, Allah. Ah, nochmal gucken, wenn ihr da weg macht. Clip. Och, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Heiliger. Ach, du Kacke. Ach, du Scheiße, Junge. Mach dich weg. Der imotet, Junge, die dumme Sau, hä? Der hat imotet, Delusio. What the fuck? Ilia. Scrims, Popov. Warum hast du das Spiel auf Russisch? Die Chor, alter. Kannst du nicht mal Russisch lesen? Oh. Neuer STG, alter. Ui, 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 ui. Paul, Paul, Paul. Ey, Cosa. Winston voll gut. Das war du und dann lock ich auch Winston dein Games. Oh, oh. Kann ich switch, please? The fucking Sigma, oder? Na, denke, ich kann hier switch. The fucking Sigma. Nice, reingejumpt. Und dann haben wir noch den Doktor Zerke. Batiste. Oh, okay. Wenn es da steht. Drr, 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 moin. Oh, Junge, 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 Quadra Kill. Einfach so auf ganz kurz nass. Und das war auch damit das Ende vom Satz. Meine Damen und Herren, das ist das Ende auch vom Video. Vielen, vielen Dank allen, die zugeschaut haben, die hier ihre Clips reingesendet haben. Wenn ihr euren Clip auch hier im Subclips-Video sehen wollt, dann natürlich geht ihr einfach auf den Discord. Seid Subscriber von meinem Twitch-Channel. Und dann postet ihr eure Clips im Discord-Channel. Subclips. Ganz einfach, ne? Und wir machen das Ganze auch immer live. Ihr könnt auch gerne jetzt vielleicht sogar im Stream vorbeischauen. Vielleicht sind wir hier gerade live. Wer weiß, wer weiß. Also, ich würde mich da sehr drüber freuen. Wir machen das jeden Freitag, ungefähr gegen 18 Uhr, ungefähr. Machen wir die Subclips live im Stream. Und ja, wenn ihr dabei sein wollt, seid ihr gerne herzlich willkommen. Chat, ich würde sagen, wir sagen alle Tschüss. Vielen, vielen Dank nochmal. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.